feindliche angriff der fremde folterer ist halt gehalten durch männer schlagt sie zurück schlagt sie zurück und so wie es aussieht solange der lebt entstehen immer wieder neue messen schließt die reihen schlagt sie zurück verstärkt die deckung sie sind überall haltet durch männer feindlicher angriff der mess wird was schlagt sie zurück bereit und los für die ruhe schließt die reihe schlagt sie zurück schlagt sie zurück sie sind überall schlagt sie zurück verstärkt die deckung verstärkt die deckung sie sind überall sie sind überall feindlicher angriff halte durch männer schlagt sie zurück die können sich auch gerade nicht entscheiden wer hauen soll und wer nicht schließt sie sehen überall greift sie an feindlicher angriff verstärkt die deckung schlagt sie zurück verstärkt die deckung schlagt sie zurück haltet durch männer hier stehe bereit die ruhe befiehlt verstärkt die deckung ausgeführt jetzt war raus mit euch feindlicher angriff zur ehre an ihr haltet durch männer verstärkt die deckung sie sind die wahl haltet durch männer verstärkt die deckung verstärkt die deckung schlagt sie zurück sie sind überall feindlicher angriff verstärkt die deckung schließt die reihen das bord hat einfach ein neuer seelenrechter schlagt sie zurück schließt die reihen schließt die reihen haltet durch männer schlagt sie zurück verstärkt die deckung schließt die reihen sie sind überall feindlicher angriff haltet durch männer schlagt sie zurück schlagt sie zurück schlagt sie zurück feindlicher angriff Ihr spotten euer Geistschinder. Und jetzt sind wir wieder beim fremden Folterer und beim Messmer. Okay. Mir kommt es halt so vor, dass wir uns was getötet haben, was Neues spawnt und sich das dann immer wiederholt. Genau, fremder Geistsheer, Seelenbrecher. Ja, also für mich sieht das nicht so aus, dass es sich ändert. Ne, ich habe irgendwie so wirklich das Gefühl, dass das zwei unendlich Spawner sind. Wo man einfach XP abgreifen kann, um Max-Level noch zu erreichen. Für den Fall, dass man es nicht schafft bis zum Ende. Was ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen kann. Aber nö, da kommen immer wieder neue. Immer in derselben Reihenfolge. Jetzt kommt halt der fremde Welcher mit einem Seelenbrecher und einem Geistsheer. Seher, dann kommen wieder noch mehr Seelenbrecher und andere. Und da sind wir irgendwann wieder beim Folterer und dem Messmer. Gut, Rabenpass. Nehmen wir einfach die abgelegene Ruine. So, der Rabenpass. Gut. Hier können wir eingeben. Set Global Flag 2 Das ist jetzt das, was ich von diesem Monument aus Empyria, von den Steintarfen hatte. Und dann muss ich name gleich und dann in einfacher Anführungszeichen P207 Death eingeben. So. War das so richtig? Ich schätze mal, dass es so richtig war. Ich weiß nur nicht, was das jetzt genau gemacht hat. Spannende dann öthink es YEAH was das so richtig ist. Und dann Oui, Das ist ja nicht wirklich was. Hm. Oh, da ist was passiert. Das ist ja nicht wirklich was. Das ist ja nicht wirklich was. Aber die spawnt dann auch gleich wieder. Wir haben jetzt mal kurz Standbild. Ich muss mir noch mal kurz das durchlesen. Ja, wahrscheinlich. Spawn a unique fighter at Raven Pass. Wie wird das so sitzen? Gut, jetzt sind wir wieder drin. Der despaunt allerdings immer wieder. Das taucht ja gar nicht mehr auf. Wobei halt hier. Das was da oben ist, ist einfach nur ein Bug. Ist das eine Kill Bill-Anspielung? Überschreiben wir mal unseren Save. Tag not found in Besting Tag. Was willst du? Tag not found. Folge mir und hilf mir. Folge mir. Aber fass bloß nix an. Warte hier auf mich und mach ja nix. Warte hier und bewache das Gebiet. Folge mir und hilf mir. Ich folge dir und helfe dir. Okay, die macht gar nichts. Das ist einfach ein G-Tub, den Wave Pass Easy Mode zu machen wahrscheinlich.